Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück, zurück zu Dream4 mit Scheißbot, unserem neuen besten Freund. Und Scheißbot soll jetzt mal Reparaturprogramm machen. Das Reparaturprogramm bitte, Scheißbot. Oh, ich hab Angst, dass wir seine Persönlichkeit verändern. Der ist voll cool, so wie er ist. Probieren wir mal dein Reparaturprogramm aus. Wir suchen etwas, das du reparieren kannst. Jawohl, suche Stadtnetz nach Reparaturanfragen ab. Suche, 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 abgeschlossen, Reparaturanfrage geortet, folgen sie mir, Mensch. Zoe. Nein, das ist nicht mein Name. Das ist mein Name. Ich sehe nicht, inwiefern das relevant wäre. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Arschloch. Das ist dein Problem. Oh, Mensch. Ich will den gar nicht mehr loswerden. Oh Gott, ob das jetzt gut geht mit der Reparatur? Ich hoffe jetzt nicht irgendwie, dass die hier von den Eileuten... Wie lange sollen wir eigentlich hierbleiben? In Propast? Keine Ahnung, Bruder. Dauerhaft, denke ich. Die nennen sich immer ein Bruder. Und ich atze. Warte mal, Scheißbart, du bist voll schnell. Okay, wo gehen wir denn hin? Der ist mega gut, der Scheißbart. Oh Gott, das wird ja auch was, wenn wir den dann auf Menschen loslassen. Ich glaube, dann machen wir uns Feinde. Okay, wo sollen wir denn hin, Scheißbart? Sag doch mal was. Ah, hier. Anscheinend. Durchgebrannte Sicherung. Sieht aus, als wäre die Sicherung durchgebrannt. Ja, ähm, Scheißbart. Kommt, wir passen mal an. Ich verspüre keine Todessehnsucht, vor allem wenn es mit Hochspannung und Funkenpug zu tun hat. Dafür wurden Bots erfunden. Okay, dann lassen wir den Scheißbart mal Todessehnsucht machen. Obwohl es ihm an Persönlichkeit und Fähigkeiten fehlt, ist dieser Bot... Nein, ich weiß nicht, wohin dieser Satz führen sollte. Hm, er ist eine Frostbüchse. Na dann mal los, Scheißbart. Das Schlagnetz meldet defekte Verkabelung an diesem Ort. Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Kannst du es nicht einfach, naja, heil machen? Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Er kann gar nichts sehen. Du bist echt zu nichts Nutzer. Ja doch, schweißen kann er. Können wir nicht sagen, dass er schweißen soll? Vielleicht wäre es klug, mehr darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Okay. Äh, ja, dann guck dir das mal an. Sieht aus, als wäre die Sicherung durchgebrannt. Tja. Haben wir jetzt genug erfahren? Vielleicht wäre es klug, mehr darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Okay. Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Du bist echt zu nichts Nutzer. Ach. Ähm. Tja, mit wem sollen wir denn hier reden? Hier ist ja keiner. Ach hier, guck mal. Was? Do it yourself. Main-Tag. Äh. Äh. Warte mal, was haben wir denn da unten? Die unteren beiden. 12a, 4. Und 20a, 6. Kompressor-Bay. Und? Was war das andere? 12a, 4. Street-Side. 12a. Ja, reicht das denn jetzt? Ah, warte mal. Vielleicht können wir ihn, ja? Da? Ne. Okay, anscheinend hat das schon gereicht. Oh. Oh Gott. Was? Was? Moment. Ähm. Da ist Strom. Ich würde erstmal den Strom ausschalten, ne? Oder müssen wir... Ich glaube, wir müssen der Reihenfolge dann lang gehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fangen wir mal mit 1 an. 1a, 5. Obwohl es ihm an Persönlichkeit und Fähigkeiten fehlt, ist dieser Bot... Nein, ich weiß nicht, wohin dieser... Das muss die kaputte Stelle sein da drüben. Reparier sie. Ihre Entscheidung, Mensch. Ich tue nur, was man mir sagt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der geht ganz woanders hin. Ah, ups. Oh Mann, du Held, ey. Das hat er beide kaputt gemacht. Ich habe es kaputter gemacht. Hast du... Du hast es kaputter gemacht? Wie geht das denn? Unbekannt. Vielleicht bin ich nicht gut im Reparieren. Ja, ich denke, das ist die korrekte Antwort. Ich bin nicht gut im Reparieren. Was du nicht sagst. Wir sollten abhauen, ehe die Polizei auftaucht. Was soll ich als nächstes tun? Oh, meine Fresse, Alter. Interaktion mit Menschen. Ach du Scheiße, das kann was werden. Schauen wir mal, wie du mit Menschen umgehst. Wir brauchen jemanden, dem wir helfen können. Suche nach potenziellem Opfer. Opfer? Habe ich Opfer gesagt? Ich meinte Trottel. Nein, auch nicht. Depp. Wo hat Mira dich her? Man hat mir gesagt, mein früherer Mensch war Mr. Landon. Der Gangster. Ich erinnere mich nicht. Mein Datenspeicher wurde gelöscht. Teile meine Persönlichkeit auf. Langsam wird mir so einiges klar. Okay, dann suchen wir uns mal einen Opfer. Äh, ich mein Depp. Äh. Herrlich. Der ist so gut, ey. Ich hab's kaputter gemacht. Oh Gott, ey. Was? Dieser Mensch scheint sich verirrt zu haben und Hilfe zu brauchen. Oh Gott, die Arme. Tut mir voll leid. Ich habe einen Namen, wissen Sie. Sorry, wie heißt du? Keine Ahnung. Der wurde auch gelöscht. Sehr hilfreich. Ach, töte mich nicht! Alles gut, tut er nicht. Glaube ich zumindest. Darf ich Ihnen den Weg weisen? Ich versuche, die Metro-Station zu finden. Weiblicher Mensch, bitte helfen Sie mir, diesen Menschen zu helfen, die Metro-Station zu finden. Echt jetzt? Wähle die Richtung für den Bot. Ah, Gott, oh Gott. Äh, ja, pfuh. Weiß ich nicht. Oh Gott, so gut kenne ich mich hier nicht aus. Ich bin noch an keiner Metro vorbeigekommen. Da lang nicht. Ich glaube, da lang. Oder? Richtung 1? Haben wir denn eine Map? Ich kann mich jetzt nicht umgucken. Ich schicke die jetzt einfach da lang. Folgen Sie mir, Mensch. Auf, auf und auf. Was? Das verlangt auch niemand. Wie soll ich denn jetzt die Metro-Station finden? Was? Haben Sie eine Ahnung, in welchem Jahr wir uns befinden? Hä? Was denn jetzt? Er ist einfach weg. Wo fliegt er denn hin? Oh Gott. Scheißbot? Sie könnte nicht verirrter aussehen. Sie ist der Inbegriff der Verirrtheit. Okay, wir suchen mal nach Scheißbot. Ich glaube, der ist irgendwo da oben. Keine Ahnung, wo der jetzt hingeflogen ist. Auf, auf und davon ist er. Mann, ey. Scheißbot, da oben ist er. Was macht er denn da? So, Keule. Was ist denn los? Was? Weißt du, die meisten Menschen können nicht fliegen. Die meisten? Na ja, alle. Alle Menschen können nicht fliegen. Es ist leicht. Man schaltet einfach Heckantrieb und Horizontalmotoren ein. Ja, nein. Ich streiche den Dienstleistungsbereich von der Liste. Versuchen wir was anderes. Wie lautet Ihr Befehl, Mensch? Wie werde ich als nächstes getestet? Ich denke, das war's. Wir sind durch mit den Tests. Ich denke, ich war gut. War ich doch nicht wahr. Aber es lief gut. Hm. Man könnte sogar durchaus sagen, ich war spitze. Na ja. Sicher. Wir sollten jetzt zurückgehen, okay? Lassen Sie mich nur machen. Folgen Sie mir, Mensch. Sicher. Verlässlich. Start. Okay. Sehr gut. Das ist zwar geil. Das hat Spaß gemacht. Oh Mann, ey. Können wir den behalten? Mira, ich will den behalten, bitte. Können wir noch mal mit ihm reden? War doch voll klasse, oder? Mir hat unser Abenteuer gefallen. Ja, mir auch. Ich denke, Sie haben Ihre Sache ordentlich gemacht. Ich brenne darauf, dem Menschen von meinen Erfolgen zu erzählen. Sie wird sehr stolz sein. Meinen Sie, der Mensch wird sich freuen von meinem großen... ... und seinen Erfolg heute zu führen. Bestimmt. Bestimmt. So, Mira. Dann erzählen wir ihr mal. Hey, du bist zurück. Glückwunsch, du hast es geschafft, mit einer Blechbüchse Gassi zu gehen. Du, Scheißbot, kommst hier rüber und lässt mich einen Blick auf dich werfen. Jawohl, Mensch. Mal sehen, wie Fräulein Studienabbrecherin sich heute geschlagen hat. Interaktion mit Menschen? Durchgefallen. Wartungsarbeiten? Durchgefallen. Bot-zu-Bot-Verständigung? Durchgefallen. Bei allen durchgefallen. Mann, das war nicht einfach nur beschissen. Das war unterbeschissen. Die Scheiße der Scheiße. Wir durchwühlen hier die dreckigsten, untersten Regionen der Scheißigkeit. Das war ein Schlag ins verfluchte Gesicht. Mit einem riesen Scheißhaufen. Ich geb's auf. Ich schreib das Ding ab. Scheißbot wird seine letzte Reise zum Schrotthaufen. Nein! Vielleicht kann ich wenigstens seine Teile verkaufen und so einen Teil meiner Investition zurückkriegen. Wirklich? Musst du das tun? Ihm schien das Schweißen Spaß zu machen. Ja, was ist mit dem Schweißen? Schweißen? Fang mir nicht an mit Schweißen. Mit Schweißen kann man kein Platter machen. Mehr als mit dem Verkauf seiner Teile, oder nicht? Scheiße. Was soll's? Ja. Ja. Ich werd versuchen, das Drecksding an einen örtlichen Bauunternehmer zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht können wir diesen Saftladen noch für einen weiteren Monat vor den Gläubigern retten. Ich hab heut keine Verwendung mehr für dich, Süße. Du kannst dich zu deiner unnützen Wahlkampfarbeit verkrümeln. Du unterstützt doch die Sozialdemokraten, oder nicht? Natürlich. Das heißt aber nicht, dass ich glaub, die Dinge würden sich ändern. Ich find einfach, es ist Zeit, dass die Regierenden in Matachotz gegen eine neue Truppe von Erschen ausgewechselt werden. Und hol dir unbedingt eine Mütze voll Schlafsüße. Hast morgen einen langen Tag vor dir. Also rutsch nicht die ganze Nacht auf deinem schnuckligen Journalistenfreund herum. Ich werd's ihm ausrichten. Bis morgen, Wit. Oh. Tschüss, Scheißbot. Schweißen, Schweißen. Ich darf Schweißen. Wann darf ich das Schweißen erledigen? Ich bin ganz aufgeregt, was das Schweißen angeht. Schweißen, 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 Schweißen. Super. Ist auf jeden Fall eine klasse Arbeitseinstellung, Schweißbot. Äh, Scheißbot. Schweißbot. Dann nennen wir dich Schweißbot und nicht mehr Scheißbot. So, Wit. Redest du nochmal mit uns? Hey, Wit. Woran arbeitest du? Oh. Ist das eine deiner Libellendrohnen? Sie ist wunderschön. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie man sie herstellt, Wit. Naja, ich lass dich arbeiten. Okay. Ziel aktualisiert. Geh. Okay, jetzt kommen wir zu der Uminska. Unser Wahlkampfhauptquartier. Da waren wir ja schon mal. Zu unserem Zweitjob. Na gut, na gut, na gut. Vorher werden wir aber nochmal... Äh, 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 wieder am Tag Miro, Miro, das kennen wir doch schon. Halleluja. Ah, da geht's weiter. Führe ein paar Tests durch, hat sie gesagt. Entwickele ein Gefühl für neuronale Programmierung, hat sie gesagt. Ist ganz einfach, hat sie gesagt. Naja, nein, das hat sie nicht gesagt. Aber ich glaube, sie... Äh, aber ich glaube, gemeint hat sie's. Dieser Bot ist wirklich scheiße. Scheißbot. Scheißbot war scheiße. Wenn er schon nix konnte, seinen Namen hat er Ehre gemacht. Bravo, Scheißbot. Immerhin habe ich ihn von den Schrotthaufen bewahrt. Keine Ahnung, ob das was Gutes ist. Aber wer weiß, am Ende rettet Scheißbot noch irgendwie die Welt. Oder was wahrscheinlicher ist, er zerstört sie. Am Ende rettet unser Scheißbot noch die Welt. Aber ich bin auch froh, dass wir ihn vom Schrottplatz bewahrt haben. Das hat er nicht verdient. Ich meine, nur weil er nix kann, ist ja nicht schlimm. Er kann ja was. Oder er macht sehr gerne Schweißen. Ist doch super. So, dann gehen wir mal auf Richtung Wahlkampfbüro. War super. Auf, auf und davon, Alter. Sehr gut. So, haben wir eigentlich noch irgendwas im Inventar? Ach, nö. Soweit gar nix. So, gerade durch war, glaube ich, das Wahlkampfbüro. Oh. Oh, das kennen wir schon. I'm just a guy. Schade. Sonst wäre ich jetzt stehen geblieben und hätte die Folge da ausklingen lassen. Aber das Lied hatten wir ja schon mal. Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, aber... Eier, eier. Dann beenden wir die Folge vorne vor dem Büro. Oh, guck mal, da ist ein Putzbot. Oh, guck mal, die haben unser Plakat vollgeschmiert. War das vorhin auch schon? Ne, ne? Das war vorhin noch nicht so. Varuti, unser Chef. Oh. Nicht schon wieder. Wann ist das passiert? Hey, Sissi. Gestern Nacht. Die Faschos haben sogar in die Kamera salutiert. Blöde Idioten halten sich für unantastbar. Soll ich dir helfen? Hierbei? Das mach ich schon. Gibt Wichtigeres zu tun für dich. Du solltest dir bei Mira eine ausrangierte Militärdrohne besorgen und denen die Ärsche rösten. Yippie-hey! Den würde ich's zeigen. Hinter diesem niedlichen Gesicht lauert eine Löwin. Schon verlockend. Aber dann hätten wir auch noch die vom Ei am Hals. Ach, nö. Ich putz einfach so lange hinter denen her, bis Konstantins Schläge aufgeben. Ach, übrigens, Sissi, hast du das Update gesehen? Mann, zwei Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser größter Fortschritt seit Wochen. Zwei Punkte. Das ist ein Grund zum Feiern. Die O-Minska hat alle Wahlmanager heute Abend nach Warschau eingeladen. Für den Live-Feed. Fährst du hin? Wenn ich rechtzeitig fertig bin, klar. Hab ich jene Party sausen lassen? Wie war's in Triest? Ich glaub, du hast Farbe bekommen. Gut. Die haben da so ein Ding am Himmel. Keine Ahnung, wie das heißt. Es ist groß und gelb und ganz aus Feuer. Und es ist super heiß. Der Wahnsinn. Ich erinnere mich an die Sonne aus Botswana. Die gibt's da auch. Aber sie ist viel größer und viel schöner. Tch, du bist so ein Warmduscher, Baruti. Wer braucht denn die Sonne, wenn er die schwüle, klebrige Hitze von Propast im Juli haben kann? Also, was steht an, Mann? Heute steht eine heikle Sache an. Kennst du Queenie? Queenie? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Diese Babka auf dem Boot draußen im Backsteinviertel? Hm. Täter Queenie ist praktisch die Chefin des chinesischen Markts. Sie ist die einzige, die sich traut, Mr. Landen die Stirn zu bieten. Wenn du Queenie kennenlernst, wirst du es verstehen. Jeder im Backsteinviertel respektiert sie. Jeder in Propast. Und deshalb wirst du sie besuchen gehen. Ich? Ich? Baruti, du kannst das so viel besser als ich. Selbst wenn das so wäre, ich kann nicht. Ich treffe mich mit ein paar einheimischen Geschäftsleuten aus dem Schug. Ich muss hierbleiben. Versichere Queenie unseren Respekt. Lass sie wissen, dass die Partei sie als Freundin schätzt und sehr zufrieden ist, wie sie alles managt. Frag, ob wir etwas für sie tun können. Und? Ich spüre da ein Und. Es gibt immer ein Und. Bitte sie um Unterstützung und Befürwortung unserer Arbeit. Das wird großen Einfluss auf unsere Kampagne in diesem Barrio haben. Das ist alles, ja? Eine der mächtigsten Persönlichkeiten von Propast um einen Gefallen bitten. Das ist alles, Sisi. Kein Ding, oder? Oh, das hier wirst du vielleicht brauchen. Kryptowährung? Wozu? Ich kann bezahlen. Hast du schon mal eingekauft im Backsteinviertel, Sisi? Rückverfolgbare Zahlungsmittel sind dort nicht sehr beliebt. Die haben lieber Plater, Bargeld, kein Kreditkram, keine Banken. Vielleicht springe ich ja doch nicht in den Fluss vor Scham, weil ich mich zum kompletten Affen mache. Makoja! Wenn du zurück bist, sind wir fertig für heute. Ich muss mich auf eine Party vorbereiten. Alles klar. Seine Krawatte ist super, ne? Na gut, die. Bei Queenie? Also, wir waren noch nicht bei Queenie, aber wir sind schon dran vorbeigelaufen. Wir haben es ja schon gesehen gehabt. Und jetzt wissen wir auch, Mr. London ist hier anscheinend so der Mafia-Boss. Der hatte ja unseren Scheiß-Bot vorher gehabt. Alles klar, ihr Lieben. Vor allen Dingen hat er gesagt, es ist in der Nacht passiert. Wohin, als ich da war, war das noch nicht, oder? Naja. Sei es drum, sei es drum. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich drücke nochmal G. Ich spreche mit Teta Queenie. Machen wir. Oh, falscher Knopf schon wieder. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bei, äh, ähm, sag schon, Dreamfall. Alles klar. Bis denn. Bye, bye. 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 Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.